Schau, schau. GloBi! Ja, was ist los? Hey, GloBi! Ich habe ihn reinkommen. Wer ist da? Tal! Bist es du? Nein, ich bin's doch Hans! Hans? Du? Ja? Woher kommst du denn gerade raus? Also von draussen, denke! Sag mal, bist du immer noch am Lesen? Am Lesen? Ich? Nein, nein. Das heisst, jetzt komme ich nicht mehr draus. Aha, bist du meine eingeschlafen, oder? Nein, selbst sicher nicht. Aber träumte habe ich offenbar. Und wie. In meiner Fantasie habe ich alles erlebt, wie wenn es Wirklichkeit gewesen wäre. Ja, was? Das Klöpfen der Freudeböller höre ich immer noch. Das ist doch das erste August-Führwerk, das es draussen ablässt. Was? Darum komme ich dich doch jetzt holen. So, pressier ein bisschen. Sonst verpassen wir noch Schlussbuket. Ja, du, das wäre dann schade. Warte, ich komme gerade. Du, sag mal, Gobi, was hast du denn für komische Schuhe an? Ah, das sind Holzböden. Die hat mir der Teil beim Schuhmacher Rieseli-Zaltorf gekauft. Ja, was, Gobi, spinnst du jetzt immer noch? Jetzt komme ich bei Gost nicht mehr recht draus, was Fantasie ist und was Wirklichkeit. Auf alle Fälle bin ich mit diesen Holzböden in Zaltorf auf den Hauptplatz raus und habe einen Tanz aufgeführt und gesungen dazu. Mal, solltest du es mal vormachen. Am 1. August? Vor allen Leuten? Ja, klar. Warum nicht? Die Leute in Zaltorf haben Freude daran. Vielleicht gefällt es dem Publikum von heute auch. Ah, da bin ich aber gespannt. Also, gegangen ist der Tanz so. Ich rufeet Loom. Ich rufeet Loom.